Hallo Freunde, schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Heute berichten wir von dem vierten Foto-Event, zugleich das erste Event in 2016. Heute sind wir zu Gast bei der Freiwilligenfeier in Gründau-Lieblos. Was wir heute zusammenbringen? Wir haben hier tolle Feuerwehrfahrzeuge, haben aber oben dann auch Studio-Setups aufgebaut. Wie wir schon im Hintergrund sind, sind sie schwer am Shooten. Was für Bilder rauskommen wollen? Wir haben heute viele Optionen. Wir haben mehrere Studio-Sets, die ganz individuell gestaltet werden können. Wir haben Indoor-Möglichkeiten, wir haben die Fahrzeughalle. Es sind heute wieder ca. 25 Fotografen am Start und einige Models aus dem Main-Kinzig-Kreis sowie zwei wirklich top Visagisten. Also, ihr dürft gespannt sein. Wir werden auch zwischendurch mit Sicherheit wieder jemanden uns greifen und interviewen. Vielleicht gehen wir diesmal auch mal an ein Model dran und fragen mal, warum sie überhaupt das Ganze machen. Können wir mal schauen. In was soll ich auch erwarten? Genau, in diesem Sinn, bleibt dran, bleibt gespannt. Bis zum nächsten Mal. 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 Hallo Freunde, heute sind wir wieder beim vierten Foto-Event, äh, das ist ganz komisch. Hallo Freunde, schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Wir sind heute bei dem vierten Foto-Event der Fotogruppe, äh, mein Kind ist gleich. Hallo Freunde, schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt zu unserem neuen Video-Beitrag von dem vierten Foto-Event und zeigt gleich das erste Foto-Event jetzt in 2016 bei der Freiwilligen Feuerwehr in Lieblos sind wir heute zu. Gründer und Lieblos sind wir zu. Ja, ja. Mach's doch.